Okay, was wenn wir jetzt dabei drauf gehen? Ah! Oh, ich hab'n großen Fußschritt gehört. Oh wei. Wir treffen wahrscheinlich gleich auf Mama. Wo wir eh dabei sind, egal. Können wir auch grad nochmal nachladen. Schadet nicht. Ein Kontrollpunkt, das heißt nichts Gutes. Oh, hallo Freund. Wow. Oh. Meine Güte. Leb wohl. Lass sie sich ruhig gegenseitig abholzen. Und dann den Headshot. Oh Gott. Was? Wo? Ah. Einer Wege darf ruhig sein. So. Boah. Okay, ich hoffe jetzt ist Ruhe. Oh. Die spawnen immer wieder, äh. Spawnen immer wieder neu. Hey, hier. Ein Teil von unserem Schiff, Mann. Los Mädels, schauen wir uns das an. Wo? Wo? Wo kommen die ganzen Dinos her, verdammt? Oh. Alles klaro. Sieht gut aus. Scharfschützen, Muni. Ah. Kannst du die hier irgendwie verwenden? Die Dinos kommen immer nach, egal was ich tue. Also kann ich auch genauso gut jetzt da... Kann ich jetzt auch hier runter gehen? Wow. Oh. Was? Die K.I. ist gar nicht mal ganz so dumm. Ich finde das verdammte Funk-Arette, wenn ich da weit draufgehe, Oh, weia. Diese riesigen Fußstapfen. Wenn wir jetzt ein Wasserglas hätten, dann ist das wie ein Jurassic Park. Oh, nein. Bergen sie das Funkgerät. Wir müssen hinterher. Na, jetzt geht der Spaß los. Bestimmt. Na, rennen. Oh, wei, oh, wei. Da unten ist noch irgendeine Waffe. Okay. 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 Ah, ganz schön viele Dinos, die hier rumflitzen. Und ich habe dummerweise etwas laut gestellt. Das heißt, ich höre echt nur noch Gefetzel, Dinos, Schüsse und so weiter. Okay. Ciao. Wechsel, wechsel, wechsel. Wir haben auch gut viel Schuss davon und die Semmelt Ordn schreien, wenn wir treffen würden. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, die jetzt zu benutzen. Oh, Kliege. Scheiße. Uiuiui. Da ist das Funkgerät. Der Spaß geht los. Cole, ich habe das Funkgerät. Scheiße, wie komme ich hier im Westen weg? Rein da. Whoa. Whoa. Ob wir das Ding erledigen können? Ich würde es eher bezweifeln. Ach, wir müssen ihn doch töten. Komm! Ah! 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 Das war's. Oh man. 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 Alter. Komm, weiter, 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 weiter. Was haben wir da? Alter, diese Dinos, die sind so übel. Fack es dich. Na, komm her. Dann brech ich mir halt die Tür auf und gucken, was da drin ist. Geht die auch wieder zu? Poo.